Mahlzeit ihr Schlawiner, Knochen wieder hier Mal wieder mit einer Runde World of Warships, schon über einen Monat nicht mehr gespielt, oder einen guten Monat Heute fahre ich die Wyoming, ein Schlachtschiff aus dem Jahre 1912 von den Amerikanern Beziehungsweise, oh scheiße, warte mal Wieso habe ich... Was auch immer Wir haben durcheinander gekommen, ich wollte gar nicht jetzt sprechen Ja wie gesagt, Wyoming, Schlachtschiff Rang 4 Kiellegung Kiellegung ist ja falsch Kiellegung ist ja die Anfangsbauzeit Also, Jungfahrtenfahrt 1912 gehabt Wir haben 6x Zwillingsgeschütze 305mm Jetzt kommen natürlich noch die Flugabwehr und Sekundärgeschütze die aber sowieso automatisch feuern und von daher nicht so interessant sind jetzt Maximal 14,1 km Reichweite und 20,5 Knoten Höchstgeschwindigkeit, wenn nicht schön die Falle aus Schipper sind möglich Ich habe vor einem Monat schon mal ein Wyoming Video aufgezeichnet Amt habe ich mittlerweile weggeschmissen Ich habe auch nicht Weil das bestand aus drei Runden Und die waren alle scheiße Die waren alle scheiße Also ich habe auch nicht wirklich was getroffen und so Und das lag auch daran, ich habe meinen Kapitän erst eingesetzt So Ich habe den vom anderen Schiff genommen und habe den eingesetzt Und das hat sich einfach nicht ausgezahlt Es hat einfach auch zu lange gedauert Bis der mal und die Leistung erbracht hatte und so Von daher machen wir jetzt hier also ein neues Video-Schehen Und ich werde mein Bestes versuchen hier doch mal vielleicht einen zu versenken Also hier habe ich die wenigsten Kills glaube ich Mit dem Schlachtschiff hier Mit der Wyoming Und ich hoffe diesmal wird es vielleicht ein bisschen besser Bei der Runde davor jetzt hatte ich viele 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 Treffer Aber Einfach konnte ich einfach nicht schnell genug nachladen Da war einer mit 76 Lebenspunkten Und irgendjemand anderes hat ihn weggefetzt Okay Scheißegal Passiert Eigentlich wäre es gut wenn es sich so etwas wie Abschusshilfen oder so geben würde Dass man sich irgendwie den Kill teilt oder so Der Fairness halber So Ich fahre mal gerade aus direkt zu C Bestimmt könnte ich mir gut vorstellen Einen Zerstörer rumgammeln Ja Na habe ich schon was entdeckt Das blöste ist die Reichweite ist echt micklig Also gut Das ist natürlich auch ein altes Schiff Das hat man nicht vergessen Trotz allem Kann das schon mal echt knüpplich Ich wusste das dann zu Störer hin Da fahre ich mich mal zu Störer hin So jetzt haben wir dann noch einen Einen Gegner Da 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 Gut Ich weiß nicht ob ich den treffen könnte Ich versuche mal wirklich weit vorzuhalten Das ist sehr sehr schnell Und das war zu weit Zu weit vorgehalten Kommt mal vor Ich werde meinen Kurs beibehalten erstmal Ich werde meinen Kurs beibehalten erstmal Das ist schon mehrfach entdeckt worden Das ist schon mehrfach entdeckt worden So weit geht man dem anderen Schlachtschäfter Aber gut Scheint noch mit jemand anderem beschäftigt zu sein Echt ey Verkackte St. Louis Ich näher mich nicht schnell genug Kann sein dass sie jetzt zurück fährt Ich näher mich überhaupt nicht mehr Doch jetzt Es ist einfach zu wenig Einfach zu wenig Ich muss natürlich nicht gleich noch eine Insel mitnehmen Es ist ja durchs jetzt nicht mehr zu sehen Es ist die Werte Lande Dann kommen wir versuchen es mal hier Hier Wie werde ich hier so vorhalten und mal alles rausjauchzen was geht das sieht doch relativ gut aus ein paar treffer werden wohl drin sein aber viel sind es nicht zwei vergammelte treffer muss man mit leben ok entschuldigung ich hab mich gerade ein bisschen auseinandergelegt er bleibt stehen jetzt muss aber ordentlich was reingehen am besten wäre natürlich wenn irgendwas detoniert wird tut es leider nicht mein Kurs korrigiert sich nicht wieso jetzt aber so volle Fahrt wieder knifflig knifflig bin jetzt so ein bisschen eingerostet hab schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt hatte ich erwähnt das ist ja cool ist kackte Hügelformation kackte Insel vor mir ja ich bin jetzt auch ein bisschen nervös ich will natürlich eigentlich so gut wie möglich sein über eine Pantreffer erhalten aber jetzt kann hier aus dem nichts wieder irgendwer auftauchen die St. Louis wäre eigentlich schön das ist ein schönes Ziel die macht sich selber auch weil sie halt so viel hintereinander abfeuern kann und auch extrem schnell nachläht also für so ein altes Schiff ist das schon immens ja drückwärts deshalb geht doch alles vorbei das ist schade das ist richtig schade ja die können sich wieder verstecken das mache ich normalerweise nicht aber ich werde mal gucken ob ich... ah da haben wir noch was Fenix ich hab nichts abbekommen also schade da kommt die St. Louis waaaaaah hätte ich das gewusst und irgendwo ist auch ein Zerstörer interessiert mich jetzt erstmal nicht da der Schlafstoffkollege damit meine Geschütze ausgerichtet sind aber zu viel Zeit vergangen wäre zu viel Zeit vergangen hier er hier er hier ist immerhin recht nah ja das sah gut aus das sah gut aus nicht durch mich versenkt aber er wurde versenkt ich verstuck mich hier selber an meine eigenen Spucke oder was ich werde versenkt ich werde versuchen mich auf die zu konzentrieren die ohnehin schon beschädigt sind ah dik klicken oh 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 noch was bestören diese verdammte St. Louis hat sich da richtig verbunkert jetzt Na ja, ist ja richtig süß. Man kommt ja jetzt raus, ne? Das ist ja los, ist weg. Also ziehen, wechseln. Wenn wir den hier aussehen. Ich hab mich trefft. Mal wenn wir reingehen, oder? Ja, viel war es nicht. So, wie sieht's aus mit dem Schlachtschiff hinter mir, das ist auch weg. Jetzt kommen sie langsam näher, jetzt macht's eigentlich auch langsam durch Laune. Okay, ich hab noch einen Laden, aber sind wir eigentlich alle zu weit entfernt, bis auf den Zerstörer. Ich werde doch hinter die Insel fahren, das Blöde ist, ich könnte natürlich drehen, das wäre natürlich einfacher, aber da die Geschütze sich einfach zu langsam mitdrehen, bis die ausgerichtet sind, das dauert ja, weiß ich nicht, 45 Sekunden oder sowas, wirklich lange. Ja, für solche Befechte hier. Ich hab hier aber gleich noch meiner Haus. Was versteht der da einfach? Was versteht der da einfach? Was versteht der da einfach? Ba 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 ba? Ich muss mal ein bisschen langsamer werden, äh, ein bisschen langsamer. Naja, das dachte ich mir, das dachte mir schon, dass er jetzt Fahrt aufnimmt. Aber okay, er hat ja noch was gemacht drauf, sollte er aber nur mal probieren. Naja, erst fuhr er rückwärts kurz und dann, wenn er sich nach vorne bewegt, okay. Jetzt ist er verschwunden aus meinem Gesicht, will. Ich krieg den Zerstörer noch irgendwie mit. Nein. Oh, wie oft hab ich das jetzt schon gehabt, dass sich irgendein anderer da noch, äh, das Ziel schnappt. Mal hier durchfahren. Die Runde läuft ganz gut. Für mich jetzt nicht so, aber wohl, ich weiß nicht. Ich hab jetzt, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, äh, wie jetzt die anderen sich, äh, mit der Wyoming, oder mit dem Wyoming Schlagschiff geschlagen haben. Hab ich echt keinen Plan mehr. Ich hab keine Infos darüber. Ich hab auch keine Videos angeguckt, das interessiert mich meistens eher nicht so. Denn, man kann zwar ein paar Sachen aus den Videos leeren, aber letzten Endes, also wenn ich mir das angucken, dann eigentlich nur wegen dem RAM Gameplay. Ist egal, wie gut oder schlecht jemand war, wenn wir einfach Unterhaltung haben. Wenn ich was, ähm, also Infos haben will, dann guck ich mir speziell, spezielle Videos an, die natürlich auch diese Infos bringen. Oh, der hat aber schon, der hat sich die ganze Zeit gut versteckt hier. Ich muss zusehen, dass ich jetzt hier die Kube komme. Wenn ich mir immer denke, dass das richtig feige ist. Ich mein, ich bin ja auch in Bewegung gewesen, auch wenn, sehr langsam, aber... ... ... ... ... ... weil er jetzt auch langsam breitseite schießen will, kann ich nachvollziehen würde ich auch bollen dass die isokase mir ein bisschen zur Hilfe kommt hier und er will richtig breitseite quälen ein paar Ausfälle verursachen, ja ok die Schnute bekommen habe ich auch, aber nichts Schlimmes der Sieg ist uns sicher, versenken tue ich ja trotzdem nix höchstwahrscheinlich ein bisschen knifflig hier an dieser Insel vorbeizum manövrieren, jesus ich cappe hier irgendwas? aber ich denke wir würden auch so gewinnen von daher mache ich mir jetzt nicht die Mühe hier zu cappen ich würde einfach weiter fahren wahrscheinlich werden sie sich jetzt auf mich so ein bisschen hier einschießen und was denn das Wort ist fuck ich würde mich mal auf den anderen hier einpendeln so wird Zeit jetzt komm mal her Ausfälle verursacht das sieht gut aus ich hoffe den raucht es vielleicht richtig auf jetzt dreht er ab jetzt dreht er ab, ja das überstehen wir das überstehen wir da mache ich mir gar keinen Kopf jetzt endlich gesagt ich muss ja nur noch den versenken hier ich glaub dann könnten wir gewinnen er hätte so viel Ausfälle schon äh abbekommen gegen die Insel gerätselt direkt doch einfach so ein schöner Kill das wärs jetzt eigentlich noch ich glaub ich krieg ihn noch jup schöne Sache das hat Punkte gebracht was ist mit dem anderen jetzt da lässt sich da verstecken einfach weiter fahren aber ja das war jetzt nicht so wild mit dem kleinen schnucki Tropädo da das ist echt hinter dieser Insel ich hoffe der hält jetzt Geschwindigkeit da muss ich ja nicht einfach so blöd verstecken aber ich hab ihn hier gleich wieder in Sicht von daher müsste ich ihn auch gleich weg platzieren können ich kann auch gleich nochmal Lebensenergie auffrischen AP auffrischen wenn wir gut hier kommen geht sofort los geht sofort los und gewonnen eigentlich eine nette Runde ich wurde nicht sofort zerschossen ich hab einen versenkt ich hab relativ ich hab noch nicht so viele Treffer mit dieser Wyoming gemacht also das ist schon für mich erstaunlich ne 8 Brennen verursacht 8 Ausfälle das ist echt nicht schlecht und ich bin sogar der beste in meinem Team gewesen das ist ordentlich das gefällt mir richtig gut das können wir so lassen da gibt es keine weitere Runde jetzt denn die würde wahrscheinlich schlechter ausfallen danke fürs zuschauen sag ich schonmal viel spaß und beim zocken hinterlasst doch ein Abo tut euch nicht weh würde mir helfen würde mir echt aushelfen wäre echt nett von euch hier keulen und ja dann bis zum nächsten Video also ciao ciao